hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble es ist wochenende und ich spiele world of tanks und ich habe hier ganz viele mal fünf sterne ich glaube fünf stück weihnacht und dann noch einmal einmal drei stern also ich denke mal ich werde jetzt diese und nächste runde nur mit dem typ t4 also für samsung für sonntag nur den t34 spielen habe ich euch mal viel spaß damit und die erste runde geht gleich los mit dem t34 flagge einnehmen okay noch kein gegner hier da ist einer ein leichter panzer ich war anvisiert von und 2-3 und die sind fertig. Schade. Ich wollte ein Loch im Stein schießen. Ich wollte ein Loch im Stein schießen. Es sind nur noch zwei Stück da. Und das ist eben nicht so. Das schießt mal. Schauen wir wie gut ich war oder wie schlecht, besser gesagt. Und, 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 555 Schaden, oh, Nummer 3, schön, vielleicht kann ich mir eine Werbung anschauen, ja, ich war aber schlechter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Platz Nummer 9 war ich, schlechter ist die Hälfte. Na gut, dann bis gleich in der nächsten Runde. Und die zweite Runde mit den T34. Die S war ja gar nicht mal so schlecht, war nur auf dem neunten Platz von 14. Also gut, oder nicht? Und dann die Top Ten. Nummer. 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 Untertitelung. BR 2018 Wir haben sie! Volltreffer! So. Jawohl, noch einmal, dann ist er down. Ach, Menno, den wollte ich doch gerade holen. Die Runde ging mal ganz schnell jetzt. Ich war noch nicht mal richtig warm. Da habe ich schon gewonnen. Oh, 363 Schaden war. Eine Zerstörung unterstützt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, das ist der Beste. Ich bin besser geworden. Gut, dann bis gleich in der nächsten Runde. Und die Nummer drei. Es geht los mit dem T4-30. Ich hoffe, wir gewinnen wieder. Und ich hoffe, ich werde wieder besser. Von neun auf sieben. Dann müsste jetzt in Platz Nummer fünf kommen. ot nur... ... ... ... ! ... ... ... Wirkunftstreffer! Wir haben sie von der Wischung! Ah, das war's. Hälte wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Da ging es voll durch ihre Panzer rum! Ah, Mist! Hat er mich erwischt! Aber ich habe noch nicht verloren! Da sind noch drei Kollegen! Zwei Kollegen! Was? Schießt den einen ab! Stellt euch zusammen! Stellt euch zusammen! Ah, Abpraller! Der hat aber gesessen vom anderen! Schwerer dich! Schwerer dich! Schwerer dich! Oh, 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 oh! Das schaffst du nicht alleine! Einer! Einer gegen drei! Der Vorteil, er hat noch voller Energie! Was macht er? Er wird anvisiert! Guter Schaden! Oh! Guter Schaden! Herr Lord! Na gut! Egal! Eine Niederlage! Man kann ja nicht immer gewinnen! Aber wir schauen jetzt mal nach, auf welchem Platz ich war! Von Schaden her! Von Schaden her! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Schon wieder neunter! Na gut! Dann bis gleich! In der vierten Runde! Und die vierte und letzte Runde für heute! Hm, wieder abgestürzt! Was ist hier los? Am laggen? Okay! Und die vierte und letzte Runde für heute! Dann bis gleich! Was haben Sie? Ach nee, schießt ihr nur da neben. Oh. Faltreffer! Ich mache es so wenig an. Ja. Ich habe eins zerstört. Ich habe noch eins zerstört. Ich habe jetzt auch schnell eine Flagge ein. Vielleicht wäre ja noch eine Flagge. Ich habe 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 noch eine Flagge.